In diesem Sinne wünsche ich euch den Mut, in diese Kraft zu kommen, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen und auch dafür einzustehen, wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht funktioniert, beim zweiten Mal nicht so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben, dass ihr dran bleibt und nicht aufgeht, denn auf lange Sicht ist dies der Weg, Weg vom Außen hin zu euch, hin zu dem Weg, den ihr in euch spürt und der euch dorthin führt, wo eure wahren Aufgaben sind.